Ich bin Anna, lebe jetzt seit drei Jahren auf der Insel. Schon als ich klein war, war ich oft mit meiner Familie hier und ich fühle mich hier wie zu Hause. Ich arbeite im Seeblick und baue jetzt gerade die Terrasse für das Grillen auf. Auch das Eindecken des Restaurants für Veranstaltungen gehört mit zu meinen Aufgaben. Ich liebe auch besonders die Cocktail-Zubereitung und wenn das Umfeld und das Team auch gute Laune macht, dann kann einen hier auch eigentlich nichts mehr aufhalten. Wenn ich Tage für mich habe und frei von der Arbeit, dann gehe ich gerne auf der Insel, oder auch am Strand spazieren. Meine große Leidenschaft ist seit sieben Jahren auch das Bogenschießen, das ist mein Hobby. Und auch dabei enttäuscht Amrum mich nicht mit dem Entspannungsfaktor und der Natur. Das Besondere an Amrum sind auf jeden Fall die Strände. Diese Weite, durch die man laufen kann und auch mit dem Blick auf das Meer. Es lohnt sich einfach rauszugehen. Ich glaube, auch wenn ich hier weggehen sollte, würde ich auf jeden Fall wiederkommen. Amrum ist einfach großartig. Das Evangelium der Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020